hallo und willkommen zu einem ganz neuen spiel weder shooten noch aufbau noch survival sondern golfen haben sie noch sechs oder golfen sie schon bei pga tour und es seht schon im namen der hektor ist dran bei golf of friends das gefällt mir so wie es ist glaube ich der erste abschlag des tages auf diesen green der wind kommt von links vorne wir werden wissen wo muss man nicht gern aber eigentlich haben wir meistens nur dusel wo man treibt noch links nach rechts und ab geht er da peter wieder viel verschickt der kommt super wie man geübt haben oder nicht so gute schläge macht auch immer gute schläge also meistens nur das partner nicht so wirklich ganz leise na wo ist er denn wo ist er oh das war ein zweiter und er geht in bahn oder geht in ganz was musste man greift gehen und schwung auch perfekt das super der schlag oder geht ein bisschen zweit was zweit na na da kann ich ja im schatten kriegst keine sonnenbranche die menge tobt aber wo liegst du da vorne der wind kommt so muss ich ein bisschen machen wir ein bisschen schneller brauche ich einen anderen schläger auch noch jetzt habe ich schläger gesagt äh gesagt boah ich habe geschimpft weil ich einen stecker gesagt habe ja das ist kein stock so und so zurück und schwung holen mhm 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 konzentration da hinten sieht man wie der malgolf ausschaut ja der grasball weht vorbei gufer oder bei caddyshack ein was caddyshack kennst du nicht na musst du mal anschauen der ist lustig ein golferfilm ach der mit dem malgolf oder mit dem ja genau gufer was denn die dinger zu kurz vorgespielt ach so ja tschuldigung haben wir gesagt da haben wir nicht gell mhm 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 das ist aber gefährlich gefährlich das ist profi like ich schaue da genau über die schlitter das läuft aber ganz schön schnell nach links ich darf ich darf du musst jetzt erst mal reinkriegen da hängt nach links und rechts hängt es nach links und rechts hängt es gar nicht das hängt nur bis hin nach vorn ja bei dir bei dir ist das wieder gut naja es ist ja ein vorn ja und die menge tobt naja das kann man ja fast nicht mehr da nehmen ja obwohl ich das auch schon geschafft habe gesagt du Futter nicht gekaut ja genau na wenigstens habe ich noch ein paar drücken sehr gut jetzt darfst du abschlagen schau wie du vorn bist kann ich mir von dir abschauen naja oh wie sehr viel zungen zu viel ruft na warum der kommt doch gut super genau mittig auf dem fairway da klatschen das gefällt einem da kommst du jetzt halt um einiges um einiges in der nahriger glaube ich nicht zwei nach links zogen ne geht ins ruft oh nein da rollt er nicht mehr draußen im ruft der kennt die ganzen Fachwörter Fachbegriffe ich habe Platzreife ich habe mal Golf gespielt im echten Leben ah ok bevor ich YouTuber geworden bin jetzt habe ich gerade Zeit da war kein guter nein ich habe ein Handicap von 52 also das sagt mir jetzt nichts es geht nicht her sagen wir es mal so ok und was ist Handicap wie viele Schläge du mehr brauchst ok also es rollt recht gut ein bisschen weiter dahinter anhalten also davor anhalten vor der Fahne rollt super auf dem Green jedes Loch hat er so und so viele Schläge vorgegeben ja genau genau und so ein paar gutes Zeit schaffst genau paar ist quasi genau 0 du hast es einem 4 Schläge vorgegeben du brauchst 4 Schläge passt so aber du hast halt dann bei jedem Loch 6 mehr gebraucht 6 mit dem startest du mit dem Handicap also mit dem fangst du an und du kannst ja nur runterkommen wenn du Turniere spielst und ich habe halt nie ein Turnier gespielt ok ich auch das probiere das probiere hau hier auf den bohnen stecker haben in schläger das sagt man gar nicht gern grob um den bohnen noch so mal jetzt habe ich wieder vorbei weil er wieder so scheiße hängt ja klar er trifft eine ja das wird ein bogey 1 plus na super na super aber es ist wirklich sehr entspannender sport ja also sport naja mit dem entspannend er das ist ja gerade zwar wahr sein der gefühl ich schieße und kriege nicht was tu ich dann was tu ich dann möchte wieder zurück ach so ach so ich mach dir nicht so ich mach dir ja ok magst du dir ein moonwalk jetzt nicht ich habe gesehen dass man keine vierte und zurück gar nicht aber was die steilheit in dem winkel deines anschlags ja ja auch scheiße 1 prozent 101 prozent wucht eigentlich bleibste 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 die 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 Ich muss ihn auf dem Wasser auftütschen lassen. Ja, genau so wie die anderen im Training. Und auf der Tat hat er neugelacht. Hören wir mal. Hübsch über die Bäume, sehr schön. Sehr schön um die Kurve herum. Das Glück ist ein Rümpfeich und sucht sich seinesgleichen. Den Wünder wird ja total unterschätzt. Ja gut, wir werden auch links müssen. So. Wind kommt nicht da, kommt da und rüber, du bist weit rüber. Also die Annäherungsschläge kannst du echt gut, das muss man schon sagen. Nur, dafür hab ich die anderen zwei Sachen noch ein paar Schwierigkeiten. Wo, 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 wo! Jetzt kriegst du die Grenze. Nein, du kannst die Fahne nehmen. Was ist das? Hier ist ein Probeschlag, glaube ich, da haust du nicht wirklich drauf. Nein, das ist bei C. Achso, ist bei C. Okay. Ah! Okay. So, er drückt jetzt tatsächlich den Verlauf vom Ball. Auch nicht schlecht. Bitte. Wie? Der Cheater. Habe ich auch noch einmal hernehmen dürfen. Okay. Okay. Aha. Da seht ihr mal allein, wie er zu scheitern bei ihm. Seht ihr ja, wie er das hernimmt. Nein, 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 nein. Nein. So geht das aber nicht. Wir machen das natürlich ohne. Nein, nein, nein. Wir sehen ja das nicht von dir. Ja, so schnell bin ich wohl nicht, oder? Wenn ich dich beim ersten Mal schon eingepartei, glaube ich. Ich habe schon zwei unter Paar und immer gleich Paar. Das gefällt mir nicht. Seit dass du mir gescheit verhaust jetzt da. Nein, nein, das passiert mir nicht. Fünfer Eisen, Fünfer Holz. Was ist denn jetzt? Der Hybrid und Holz. Gehen wir wahrscheinlich ein wenig weiter. Oh. Nein, genau. Es ist ja vorabhängig, wie weit du kommst. Und wie gut der Ballen fliegt. Bis sie so, bis sie so. Das wird jetzt ja der Hole in One pass auf. So, dann macht man Kett. So macht man Kett, so genau. Oder? Viel weiter nach rechts. Hull, viel weiter. Hull, viel weiter. Hull, viel weiter. Hull, viel weiter. Auf dem Monopo. Das ist ja so. Zudem. Oh, der grinst ja, weil sie es jetzt sind. Genau, vom Ball in die Fresse. Oh, böse Wind. Bleib liegen. Wie selbstgefällig, dass du mal klatschst. Das kann ich viel besser, das kann ich viel besser. Oh, nicht vorwärtsdrucker. Oh nein, ich habe den Wind vergessen. Ah. Da lachen sie, die dreckigen Zuschauer, die dreckigen. Nicht das, nicht das. Gut, ihr dürft auch lachen. Ich gehe ja nicht. Boah. Jetzt ist uns ein Lacher für gegangen. Jetzt sind Stecker weg oder sind. Jetzt fällt es so, das fällt so, das fällt so. Das fällt auch schon. Das fällt auch so runter und so rauf. Das geht alles weiter runter. Dann drücke ich immer R. Drücke ich immer R. Drücke ich immer R. Was drückst du da an R? Ich weiß eigentlich nicht, wie ich packen tue. Jetzt zeigt man es. Ja, kann man das ins Mal her nehmen oder was? Das ist ja Cheating, ey. Uh, Sabbatstork. 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 Nein. Nein. Jetzt bescheißt du und triffst trotzdem nicht. Ich bescheiß auch nicht. Das ist vom Spiel. Kann man vom Spiel her nehmen. Hm. Ja, aber wenn sie drüber, weil sie ins Wasser kommen will, na scheiße. So, da wird er automatisch was abziehen. So ein wenig runter, so ein wenig runter, probieren wir es. Das ist ja bloß ein paar Dreiloch. Irgendwie doch einmal wieder spannend. Find ich grad nicht. Find ich nicht. Na, schau mal, spielen wir dann, wo wir sind da. Juhu. Endlich wieder gute Laune. Ich hab jetzt mal mit dem Wunderer gespielt. Wir haben mal die Folgen schon geschaut. Jetzt ist es noch stressiger. Der war schön. Uh, knapp. Pass, genau. 2,80. Ja, jetzt. Schau mal. Kann schon der Gegenwinter. Na. Zonet auch so dort. Ja, du bist 2,81. Ja, du bist 2,81. Ja, du bist 2,81. Aber ich muss da viel unter die Bambi rumspielen. Du kannst schön draufschlagen. Na, ganz schön der Gegenwinter. Scheiße. Lick. Da hab ich eh schon stärker draufgehauen. Weil du einen anderen Schläger nicht mehr sein. Denn wenn du unterschätzt, dann kann ich es schön da. Muss man schon sagen. Super. Da komm ich jetzt mit dem Stecker genau. Schläger. Oh, mein Schläger. So. Gehen wir da her. Gehen wir wieder zurück. Genau. Dann wieder her. Nein, das ist jetzt länger. So. So. Wenn ich zurück ziehe, hat er dann Rücktrall. Also nicht 4 läuft. Also nicht weiter 4 räumt. Zum Rätisch, ja. Heimisch. Heimisch. Wirklich. Heimisch. Wirklich. Heimisch. Oh nein. Hätt ich wahrscheinlich doch anders da sein. Stop it. Stop it now. Aber du bist näher drauf. Wirklich. Okay. 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 Wirklich. Bis dahin wir noch zusammen. Wirklich. Wirklich. die denn also die stoff von umsteigen mit dem putter schön aber bloß paar und mit diesem loch vielen dank beim zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge schauen wir mal wieder der hans noch mit leuhen kann jetzt sage mal vor